Schreiben wir mal Monte, was abgeht. Moin. Wie geht's euch? Gut, gut. Ja, Friends, ich freu mich. Es ist seit langem mal wieder eine runde Pummel-Party. Auf angenehm, Digga. Mhm. Regina, ich hab mir heute wieder eine Pizza bestellt. Die ist in 39 Minuten, da mach ich keine Sorgen um mich. Ich hab schon gedacht, der arme war ne Proppen. Der wird echt, also der fällt noch vom Fleisch. Sympathisch, Digga. Welche Map wollen wir spielen? Ey, ganz ehrlich, die Piraten-Map. Ich bin immer für die Piraten-Map die Beste. Oh. Die kleine Piraten-Map? Obwohl wir sind zu fünft, ne? Genau. Ja, aber... Es ist egal, Digga. Ich richte mich da nach euch einig. Obwohl... Ja, also ich bin Fan von der Piraten-Map. Ich bin für die Piraten-Map. Aber die spielen wir halt jedes Mal gefühlt, ne? Weiß nicht. Gut, die... Wir können auch die machen, wo... Nicht Wintergangs-Westien, aber... Pummel-Talk. Pummel-Talk. Pummel-Talk find ich auch geil. Pummel-Talk find ich auch geil. Okay. Wollen wir was in den Pott schmeißen, oder? Pummel-Talk. 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 Ja, wie viel willst du denn reinschmeißen, Dinger? Pummel-Talk. Mir ist das egal, ich richte mich da nach euch. Ja, nee, nee, nee. Machen wir einen Vorschlag. Den Subs jeder. 20 Subs wieder jeder, oder was? 20 Subs jeder? 20. Äh, ich kann leider nicht. Hat Edsets heute nicht gegönnt, Sascha, oder was? Edsets hat noch nie gegönnt, Bro. Du weißt. Also wollen wir alle jetzt 20 Subs rein schmeißen, oder nicht? Ja, wer dafür? Ja, okay, komm. Aber dann sweat ich jetzt rein. Aber nur der, der ersten Platz macht, ne? Also, wer als erstes drei Trophäen hat, hat nichts damit zu tun, nach dem Spiel gibt's ja auch noch Trophäen. Der als erstes im Spiel drei Trophäen hat. Ja, Leute, wie geht's euch? Lange nichts gehört? Wie läuft's Leben? Ey, gut, bei dir? Ja, alles super. Nice. Gutes Talk. Gutes Talk. Gutes Talk. Gutes Talk. Scheiße, Digga. Jetzt das Minigame, komm. Welches? Oh. Ach ja, genau. Ey, das Game ist so behindert. Dass das überhaupt drin gelassen wurde, ist halt auch einfach komplett pp. Egal, Digga. Das bleibt einfach immer drin, weil Marcel gut darin ist. Ja, ist so. Wir können das rausnehmen, kein Problem. Ja, bitte. Geht halt jetzt nicht, ne? Ja, cool. Marcel, du bist nicht, Junge. Ja, auch nicht. Guck mal, dieses Sch... Mal schieß doch, du mit. Guck mal, er schießt einfach mal. Ey, dieses Game ist so pp. Ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, Mann. Nein. Gönn doch, gönn doch, gönn doch, gönn doch, gönn doch. Nein. Hab ich ihn bekommen? Nein, ich hab ihn nicht bekommen. Nicht bekommen. Nicht beschwerden. Nicht beschwerden. Nicht beschwerden. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich heiße. Auch Kreis. Ey, das ist wirklich ein Minigame. Wirklich. Das ist, das ist das allerletzte. Ey, wer das aus der Frontalperspektive will? Ey, mach deinen Geschmissen, ey. Ey, mach deinen Geschmissen. Ja, komm. Ja, Schaps. Bitte, gönn, gönn wir doch, gönn wir doch den Kill. Nein, nein, nein. Ah, fuck. Ah, fuck. 10, 10, 10. Und? Ja, ich spiel gerade, Digga. Aber diese Steuerung, die macht so maximaler. Nein! Ach, scheiße, Digga. Ey, also wer das aus der Frontperspektive fände ich's übeln als das Game, aber das ist so ein Dreck. Oh ja, true eigentlich, ne? Das geht noch 40 Sekunden, wollt ihr mich flachsen, dass ich den Rotz noch so lange zocken muss. Komm schon. Das ist doch... Das ist so ein... Das ist so ein Dreck. Ey, wirklich, also das... Scheiße. Ja, und Monti hat natürlich wieder nichts dagegen, weil er führt, ist natürlich klar. Digga, ich weiß, also wirklich, wir können's rausnehmen, kein Problem, aber ich weiß nicht, was ihr für ein Problem mit dem Spiel habt. Ich finde die Steuerung so wack, Digga. Am Controller ist das nicht überall, ich bin ganz entspannt, Digga. Ja, okay, aber ich bin halt an der Tastatur. Ja, ist halt auch noch, Digga. Ja, auch am Controller, aber... Guck mal, ich hab die meisten... Ich hab die meisten von diesen komischen... Ich hab so viele von diesen komischen, äh, äh, ähm, leuchtenden Tafeln... Das bringt dir aber nichts. Das bringt nichts? Nein. Wie viele sind denn da? Da kriegst du nur die besseren Schüsse, äh, Regina. Ach so, für dich ist das halt nächste Runde GG, ne? Weil ich glaub, der, 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 der Golem kommt zu dir. Ne, der kommt nicht zu mir. Doch, doch, doch. Ne, ne. Ach so, nächste Runde bist du dran. Ich seh nämlich die zwei bei dir. Oh, nein. Ja, doch, 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 doch. Ne, ne. Oh. Oh, ja. Entweder man hat's, äh, man hat den Lauf, oder man hat es nicht. Ich weiß ganz genau, dass mein Leben bleibt. Was geht los? Oh, ja, Baby. Oh, Null. Ja, ich hab's im Gefühl, es wird gut. Ah. Hä? Oh, fuck, Digger. Oh, mein Gott. 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 Meine Seite ist broke. Oh, das Gefühl. Der Panzer. Ah. Taxi. Taxi. Der Panzer soll sich mal verpissen, Digger. Nein. Was? Wie hat mich das noch erwischt? Das ist wie bei COD, wenn du um die Ecke läufst. Verpiss dich, Junge. Das ist so, das ist so bugged. Das Game ist... Ah, Mann. Ey, er hat komplett mit sieben Autos auf einmal, Digga. Ey, wenn man Mario Party auf Wisch bestellt, Alter. Guck mal, guck mal. Das ist... Ja, das nicht. Ja, der Panzer schiebt... Absolut keinen Sinn so. Ey, Sche... Wie willst du, wenn zwei Panzer auf... 35! Ich bin letzter! Hat Marcel überhaupt schon irgendeinen Gegenstand? Der eine Rakete. Das... Oh nein. Gönn doch! Oder auch nicht. Ja, ich habe nicht genug Schlüssel. Danke, Sascha dafür. Och, nö, Digga. Das finde ich zum Beispiel richtig... Also, da bin ich auch meistens so lost, weil ich nie weiß, wo ich bin, aber... Keine Ahnung. Das ist der einfachen Games. Eigentlich bin ich da am Anfang immer ganz gut und dann auf einmal bin ich so für eine Sekunde nicht übergefegt. Jawoll, danke, Bruder. Ist wirklich so. Aua. Nee, Digga. Muss gar nicht sein, ehrlich. Oh, fuck. Ach, Mann, ey. Arschlecken, Digga. Das Spiel finde ich irgendwie... Oh, fuck, ich bin raus, Mann! Oh, da kommt's ja nicht mehr raus, wenn das... Nein! 14 AP. Oh mein Gott, wie können wir da alle noch im Leben sein? Ja, richtig! Na, schmutz, Alter. Richtig. Richtig. Scheiße, Mont, der hat schon das erste. Oh, ne, Digga. Muss da nicht gar nicht sein? Da bin ich wieder, Jungs! Und Regina! Ich hab wieder meine Pizza ohne Käse. Let's go, Alter! Nein! Ich hab vergessen zu schreiben ohne Käse! Nein! Nein! Bitte nicht! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Jawoll, Lackso! Dönsch ist auf dem Sarat auf dem Weg, oder nach Hause! Ich gründ' ich dir! Warum hast du denn keine Pizza mit Käse essen? Ja, weil ich ja laktoseintolerant bin! Ja, jetzt mach keinen großen Heckleck aus, Digga. Oh, nein! 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 Kratz den Belag ab, tu noch irgendwas drauf! Den Belag, die ist komplett voll! Oh, Scheiße! Ja, aber dann kratz den Belag ab und tu irgendwas drauf, was im Kühlschrank hast und das stellst Ja, das macht gar keinen Sinn! Der Typ isst nur noch daheim und so, als ob's jetzt juckt, ob er ein bisschen Käse isst und daheim Lünsch ist halt, Bro! Ja, ist so! Also wirklich, das ist ja noch nicht jemand so bei mir! Ja, ich glaub echt, dass ich die einfach esse, Digga! Ja, natürlich! Ich bin viel Hunger, Digga! Gibt es nicht so welche Tabletten oder so, die man nehmen kann, damit man eben nicht so darauf reagiert? Ja! Fuck! Bist du laktoseintolerant, Latze, oder was? Ja, ja! Digga, das ist dieser 1,700 PP-Moment, Digga! Scheiße! Oh, das jetzt geht's los! Hihihi! Waaah! Schnell auch! Juuu! 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 Jou, sagte ich! Wuh! Waaah! Die Musik auf Casey Neistat angelegt. Oha. Ja, genau. Oha! Bro, chill! Warte, warum bin ich? Ja, Scheiße, Mann. Ja, Monty hat echt meine Taktik nachgemacht. Ey, ich esse jetzt einfach Scheiß drauf, komm. Ich risk's. Guten Hunger, Nico. Nein, ja. Oh, du hulg grad leck gehabt, sogar in dem Game. Kuss. Bitte keine zwei. Hey, warum ist das Leben so zu mir? Oh mein Gott. Du lebst, Nico. Oh Gott. Hey, was hab ich immer getan, dass es mich immer bestraft? Was hab ich immer getan? Ich bin doch immer korrekt, Digga. Immer bestrafts mich. Oh nein. Oh nein. Schön, alle dem Marcel hinterher. Ja, ich mach auch Fehler eigentlich, ja? Ja, weniger. Tatsächlich. Okay, Gedächtnis. Gönn, 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 gönn. Oh Gott. Zeig doch. Ja. Gönn, gönn, gönn. Nein, fuck! Zum Glück ist Papaplatte vorgelegt. So schmutziges Game. Es ist einfach nur abcampen. Jasman! Hä? Das ist ja die Warte. Leck! Mein Internet, hallo? Leck wahrscheinlich. Er sagt Leck. Oh Gott. Beide noch gechokt hierhin. Ich werd schon wieder letzter. Sascha, string dich doch mal bitte an, WTF. Jawohl, immerhin noch. Bin ich dritter oder vorletzer? Freize, Mann. Junge, mit Kevin ist ja einfach Pull-Party so. Zum Minigame entmutet er sich. Sagt zwei, drei Sachen nach dem Minigame. Mute. Da kommt noch ein, zwei mal lösch dich. Und dann ist eben sein Auftritt auch vorüber. Es ist so. Das ist ja unglaublich. Genau. Und dabei hat er nicht mal wirklich was vorzulesen, weil er in Chat nie Fragen stellt, sondern immer nur Autisten Sachen spammt. Mal mal Platte, was ist los bei dir? Ja, ich rede nur mit meinem Chat halt. Lieste du MoBot-Nachrichten vor, oder was? Ja, genau. Hast du mal wirklich, ich frag dich jetzt wirklich ernst, ernsthaft, hast du wirklich mal Phasen, wo die Leute auch coole Fragen stellen? Bro, ein cooler Chat stellt nicht die ganze Zeit Fragen. Was ist das bei der Grund? Nein, nein, nein. Das meine ich nicht, Digga. Aber egal wann ich in deinem Stream bin, eigentlich gibt es immer nur Emote-Spam. Und das ist ja auch cool. Ja, Digga, wenn die was fragen wollen, dann können die doch einfach donaten. Oh mein Gott. Okay, jetzt bitte gönn dir eins. Yeah! Es läuft aber wirklich so wahrscheinlich, dass bei dir die meisten Fragen über Donations kommen. Weil dein Chat ist ja wirklich so wie, also ich kenn in Deutschland fast keinen Chat, der so ist, eher so wie, ja, wie so ein amerikanischer Chat. Ja, megalein. Ich liebe das. Kevin? Achso, Bruder. Alles gut, ich wollte nur hören, ob du da bist. Och ne. Entweder es läuft oder es läuft nicht in diesem Spiel. Okay, ich werde jetzt, ich werde jetzt anders rein sweaten. Ich überlege, ob ich mich sogar mute. Oha, auf TryHard angelehne, Alter. Ja, ich glaube, ich mute mich. Ich bin gemutet. Genau. Runter. 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 hoch runter 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 hoch, 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 hoch runter, hoch runter runter Oh nein Scheiße, Digga. Oha, wer ist das? Wenn du draußen bist aus dem Spiel, wenn du voll deinen Film fährst, okay. Aber sobald du in diesem Spiel einmal draußen bist, dann bist du 50. Es ist vorbei, alles vorbei. Bitte was Gutes? Was ist das? Was ist das? Das kenne ich nicht. Da schirrt dein Kopf, das hält drei Runden, macht jede Runde zehn Schaden, zieht dir Schlüssel ab und du kannst keine Geschenke einsetzen. Oha. Und kannst du das auf jeden machen oder musstest du den Range sein? Auf jeden, egal auf jeden. Also wie die Abrissbühne, einfach überall, ne? Genau, richtig, ja. Oha, Junge, what the fuck. Oh. Oh nein, dafür bin ich bereit, dafür bin ich bereit, ja. Ich probier jetzt ne neue Taktik. Ich probier ne neue Taktik. Ich auch, ich auch. Ich sag euch aber nicht welche. Na doch bitte, sag ich, es gibt nichts, es gibt nichts. Nee, es ist auch schon nicht. Na doch bitte. Ach scheiße. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh mein Gott, ich choos so rein. Oh was? Oh fuck. Oh fuck. Hilfe mit Treppe. Oh lost, ja. Wer ist blau, der Tryhard? Oh lost. Aber ich hab... Ich bin nicht raus gewesen gerade. Oh was? Fuck. Jetzt musst du aber auch mal gönnen. Hä? Oh mein Gott. Ah, ich bau zwei Türme. Ah, 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 ah. Mann. Hallo. Ah, ich bau den Mittelfinger. Oh Bro. Ich bau drei. Ich bau vier. Nein. Hey, was? Komm schon. Hä? So ein Schein. Oh mein Gott. Mega, wir haben immerhin zwei, dann nehme ich. Bitte, 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 bitte. Ich bin letzter. Der Mittelfinger. Wir hatten den Mittelfinger da gebaut. Wo bin ich denn? Ich. Das steckt so. Ey, wie kann man so schlecht sein? Ja ne, mach jetzt nicht so. Oha. Trifft es nicht. Richtig, richtig. Oha. Richtig. Warum machst du das? Ich bin nicht gestorben. Ach, Digga. Kamer existiert. Kennt ihr das, wenn eure Oberlippe, nachdem ihr Milchprodukte gegessen habt, so anfangen zu riechen? Kennt ihr das nicht? Ne, ich weiß nicht, was du meinst, Bruder. Aber ich zieh meine Nase halt. Also ich zieh, wie gesagt, die Oberlippe immer in die Nase ran und dann ist das irgendwie angenehm. Aber bei mir riecht dann die Oberlippe so butterig. Ist das bei euch nicht so? Digga, Niko, willst du jetzt? Niko. Niko, ja. Ich will gar nicht wissen. Komm mal, komm mal. Erzähl ich. Der riecht noch an ganz anderen Momenten an seiner Oberlippe. Hä? Come smell. Ey, meine Lippe riecht grad so. Butterig. Digga Niko, Alter. Digga Niko, Alter. Digga Niko. Ey, lass, du kannst bitte aufhören daran zu riechen. Man hört's hier durch. Ich fahr noch nie der Typ da auf der Wolke, ne? Ich fahr noch nie der Typ da auf der Wolke, ne? Oh, ja. Boom! Was? Boom! Was? Boom! Ja! Scheiss! Ja! Ich hab euch! Ich krieg euch! Wer ist der dumme Vogel? Wer ist der dumme Vogel? Ja, ich hab euch! Ich hab euch! Nein! Ihr werdet der scheiss Vogel, Mann, Kevin! Warum? Ich hab euch! Ihr Pepegas! Ja, und Marcel wieder ganz schritte. Digga, wie ist das, Alter? Der hat in der Zeit zwei Niedsiger runtergefahren, als ob es nichts wäre, Mann! Das Spiel ist so dumm, Alter! Das ist ein bisschen dumm! Der kickt die Schuhe! Ich fühl mich grad übel energetisch, Digga! Ist das normal? Alter, meine Lippe riecht komplett botricht, Digga! Was ist denn da los? Oha! Der ist genau auf der Digga, Erdgeld! Ja, genau auf das Feld auch! Bin ich echt blass? Ja, ich bekomme ein Save-Pickle! Ja, ich bekomme ein Save-Pickle! Alter, fuck! Ich wollte gerade auf die Map gucken, Digga! Ich bin so lost! Okay! Let's go, Alter! Genau! Bei mir gab's ein Leck und ich war direkt draußen! Bei mir auch! Ja, dicker Zehner, wenn's ein Leck gab! Es war Vala ein Leck! Ja! Nein! Tschüss, Morte! Genau! Und tschüss! Hallo! Leck! 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 Es hat halt wirklich geleckt, mein Chat kannst bezeugen! Tschüss! Oha! Das habt ihr doch geplant, Alter! Dreck alles drauf! Scheiße, Mann! Ich bin mal auf Blau jetzt! Hallo! Ach, Digga! Du dumme Sau, Alter! Was? Kevin! Kevin! Ey, Kevin! Scheiß drauf! Noch ne Runde! Sascha, shut up! Shut up! Oh! Oh! Jawoll! Fünfter! Immerhin! Milchprodukt mit 5€ Muster! Ich merke mich in 1-2 Stunden! Dünches it out, man! Danke dir, Milchprodukt! Wichtig! Wichtig! Gamechanger! Ja, nein, du wirst sowieso nichts bekommen! Zack! Mal gucken, wo das jetzt spawnen, Digga! Digga, wie? In der kurzen Zeit kann ich keine 18-Schlüssel bekommen. Wieder nicht nachgedacht, scheiß drauf! Bitte geschenk! Danke, Bro! Oha! Bitte was Gutes! Boah, ja! Da bin ich so schlecht, Digga! Da bin ich so schlecht! Ich bin da auch irgendwie übel schlecht! Ich weiß auch nicht warum, Digga! Ey, Game, man läuft doch einfach nur und sammelt Schlüssel! Wie kann man da schlecht sein? Wirklich, das ist so... Das ist einfach... Die Schlüssel müssten dauerhaft respawnen! Irgendwann gibt es keine Schlüssel mehr! Ja, ja! Da müssten dauerhaft Schlüssel respawnen! Ja, guck mal, was für ein undlangbarer Platz! Ja, das ist perfekt, Digga! Hä, ich hab dir 100% als erstes auf die Schnauze gehauen! Tschüss, ist kein Zeuge! Tschüss, ist Zeuge! Alter 10! Mach einen Motofaktor jetzt nicht ab, Alter! Ja, Digga, das ist das Spiel heute woanders rum! Ja, Scheiße! Und jetzt sind die Schlüssel alle! Ja! Schon? Ach, Mann! Ja! Ach, Mann! Ja! Egal, zweite! Ja! Das ist halt... Jetzt laufen wir jetzt 10 Sekunden rum und haben nix! Das ist halt echt... Also das... Dann hätte das auch... Dann kann das Spiel doch eigentlich auch direkt aufhören! Ja, das ist... Das ist halt schlecht gemacht! Also das können sie nochmal verändern! Habe ich schon letzter! Was?! Was?! Alter, hört mal jetzt bitte auf, den dünnchen Stanz in die Chat zu machen! Was soll das? Bruder, wir müssen mal das große Twitch-Beerpong-Tournament machen, Alter! Oh! Da wär ich dabei! Das wär ultra sick! Ich mega! Das haben die... Das haben die in Amerika schon mal gemacht! Super sick! Ach, nee! Die Spiele verkacken jedes Mal! Oh, genau! Selbst Trimes war da besser, Alter! Ja, Max! Und der Trigger dabei noch! Kevin, du bist ja richtig scheiße! Ja, oh mein Gott! So schlecht, Digga! Ich schwör! Noch niemand gesehen, der schlechter war! Weißt du, währenddessen spielt er den ganzen Tag nur fucking Mobile-Games! Oh, nein! Mann! Wie kann man so scheiße sein? Ah! Nein! Oh mein Gott, Digga! Hey, Monte! Was soll denn das?! Ja, da merkt man den Controller-Spieler, der da schräg rüber geht! Das geht mit der Tastatur gar nicht, ey! Mann! Das ist so nervig, Digga! Hey! 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 Guck, Mann! Guck dir das an! Ja, Digga, ganz ehrlich, Marcel, hoffentlich, keine Ahnung, fällt dir beim Training eine 5 Kilo Handel auf dein Fuß. Oha! 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 winRRR! Let's go! Ich habe null Punkte Bro! Sascha, Junge Bist du schon tot, Sascha? Digga, was passiert? ist ja fast so kurz wie deine youtube-videos nein oh mein gott einmal reingefahren da sehe ich mich drin aubergine ach der riskiert nicht alles klar die ärmle beim händler schon unter das war wichtig weil die hat sich betroffen hat professionell gefällt mir sascha weiter so das wollte ich noch fragen sagt bist du da gut und zwar wenn du gewinnen solltest wie viele subs schuldet ihr konnte dann 20 naja mehr mehr ich weiß nicht ich glaube es schuldet mir dann 70 70 also 100 euro schuldet er mir so und ich hab noch 50 saft ok krass man dann ist es ja montag das ganze wird bei ihnen das kann ich nicht leisten eine stadt bei mir ein geschenk wie soll ich das geschenk benutzt wenn ich nicht gegen schlüssel das gibt es doch nicht hallo ich wieder zu dürfen zwischen uns geht wieder pc aus hallo naja du lutsch wer immer gelb ist setzt sich doch ab du rund das ist ein wichtiger wort das ist ein wichtiger wort okay die zwei noch weg zwei eins ja ich hab sie noch ich bin einfach zu tiefste enttäuscht 39 schlüssel hast du heute zu viel games only getrunken oder was zu viel guckst machen gute unternehmer sonne oder ich habe ein geschenk aus dem aussetzen gibt ihm aussetzen gibt ihm aussetzen leute danke für die ganzen saps und bis die männer nach nicht mehr mitspielt richtig ich steck als einmal ein monat youtube gerade verdienen ich habe mehr als ein monat ein jahr kevin das darfst du ich habe einen schlüssel ich habe einen schlüssel ich habe einen egal gut 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 aber so das ist das ist schmink wurde also ein nico wirklich ich weiß bei dir tut am meisten weh danke für die subs Was? Marcel, bei dir waren es, glaube ich, 70. Da hat bei dir noch ein anderer Guy noch 20 Subs gedroppt. Ja, ja, ja. Ah, Edo, Mann. Ey, Kevin, kuss. Kuss, kuss. Ey, die Subs, die noch von Kevin geschenkt bekommen, die schmecken noch am besten, oder? Hi, Mädels, ich bin erstmal weg, wa? Ja, ich zieh auch durch, alles gut. Viel Spaß, Leute. Hey, macht's gut, haut rein, man. Ciao, ciao. Happy Dünnschuss, würde ich euch gerne. Ciao, ciao, ciao. Ja, haut rein, ciao, ciao. Muss ich ehrlich sagen, ich hab schon echt Angst, Mann. Ich hab wirklich Angst, dass ich richtig asozialen Dünnschuss bekomme.